Beim Bundesverfassungsgericht ist eine Massenbeschwerde gegen die Datensammlung Elena eingereicht worden. Mehr als 22.000 Bürger beteiligten sich nach Angaben eines Aktionsbündnisses daran. Elena steht für den elektronischen Entgeltnachweis für Arbeitnehmer. Seit Januar schicken Arbeitgeber die Daten an eine zentrale Speicherstelle. Diese Sammlung verletzt nach Ansicht der Kritiker geltendes Datenschutzrecht, wegen der Speicherdauer und der Weitergabe von Krankmeldungen. Sie befürchten auch, dass künftig weitere sensible Daten, wie Teilnahme an Streiks, gespeichert und missbraucht werden könnten.